Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich dir erzählen möchte, wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Ich denke, das ist interessant für dich, denn du bist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht durch Zufall hier auf den Kanal gekommen, sondern bist vielleicht sogar Abonnent. Wenn das nicht der Fall ist, dann abonnier doch sehr gerne den Kanal. Und hier und heute möchte ich dir erzählen, wie es hier 2024 im Laufe des Jahres weitergehen wird. Bevor wir mal gucken, wie es weitergeht, möchte ich mich ganz herzlich einmal bei dir bedanken, denn wir haben jetzt vor, wie lange ist das jetzt her, zehn Tage sowas um den Dreh, die 500. Bildbesprechung gehabt als Live-Sendung. Das war einfach grandios. Da haben so viele von euch per WhatsApp Bilder eingesandt. Das war ja der absolute Wahnsinn. Jetzt haben zwischendurch 270 von euch da draußen zugeschaut. Die Aufzeichnung findest du natürlich auch nach wie vor hier abrufbar. Bei YouTube habe ich die auch nochmal in die Infocard oben verlinkt. Ja, das ist einfach richtig, richtig geil gewesen. Und auf vielen lieben Dank an die, die dabei waren und mit mir gemeinsam Bilder besprochen haben an diesem Jubiläum. Das war wirklich wunderbar und ganz, ganz toll. Und gleichzeitig haben wir auch zum ziemlich identischen Zeitpunkt die 6 Millionen Aufrufemarke geknackt. Und das muss ich halt mal einfach mal reinpfeifen, ja. 6 Millionen Mal wurden Videos von mir angeklickt. Ist ja Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Natürlich kommen jetzt die, die sagen, ja, dann teilt das mal durch teils und 200 Videos. Dann ist es gar nicht. Doch, doch. Das ist der absolute Wahnsinn. Stell dir mal vor, 6 Millionen Menschen sehen deine Inhalte. Das ist ja absurd. Also insofern vielen lieben Dank auch auf alle Fälle dafür. Danke auch für das Verständnis in den letzten Wochen, dass nicht immer ein Mittwochs Video gekommen ist. Also die Bildbesprechung ist wirklich nie ausgefallen. Aber ein Mittwochs Video gab es nicht immer. Ich habe auch, glaube ich, an der Live-Sendung gesagt, dass wir bei Folge 250 diese Panne hatten. Die hatten wir allerdings bei 150. Das ist also schon deutlich länger her. War mir gar nicht mehr so klar. Aber ja, es ist nicht immer in den letzten 12 Monaten ein Mittwochs Video gekommen. Aber oft schon. Manchmal kam das Mittwochs Video am Dienstag und auch mal am Donnerstag und auch mal am Sonntag. Und manchmal gab es auch gar nicht. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr Verständnis dafür habt. Und dem Algorithmus hat es auch nicht so richtig geschadet. Und insofern wird das auch in Zukunft wahrscheinlich immer mal wieder vorkommen. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich danke für deine Zuschauertreue da draußen. Danke für eure Kommentare. Danke für die Interaktion. Danke für alles, was ihr hier zu dem Kanal beitragt. So, warum mache ich dieses Video jetzt überhaupt? Es wird auf diesem Kanal natürlich weiter bestimmte Dinge geben. Es werden sich aber auch Dinge ändern. Es werden sich Dinge ändern, was die Bildbesprechung betrifft. Alleine deswegen, weil ich das Studio nicht mehr zur Verfügung habe. Das heißt, es gibt einen Vorspann von hier vor der Bretterwand. Das ist in meinem Homeoffice. Das ist immer in dem Homeoffice gewesen. Wenn du so eine Studioatmosphäre im Vorspann gesehen hast, dann war das einfach im Studio aufgenommen. Das Studio gibt es in der Form ja nicht mehr. Wir machen trotzdem weiter in Hamburg-Workshops. Nämlich an angemieteten Räumlichkeiten. Aber unser eigenes festes Studio gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, du wirst häufiger auch Bildbesprechungsvorspände von unterwegs sehen. Gleichzeitig wird es sicher auch das ein oder andere kürzere Format am Mittwoch geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es weiter Vlogs gibt. Es gab ja letzten Mittwoch auch gerade einen Vlog aus dem Lapadu. Aber diese Vlogs werden einfach unaufwendiger gefilmt werden. Und vor allem unaufwendiger geschnitten. Das heißt, es wird nicht ganz so viel gedreht. Und es wird nur einen Überblick geben und so weiter. Ich glaube, das wird dem ganzen Format-Vlog weiter gerecht. Und gleichzeitig kann ich mit meinen Ressourcen das auch weiter abbilden. Trotzdem wird es an manchen Mittwochs ohne jeden Zweifel kein Video geben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und damit plane ich offengestanden auch. Das heute, das ist keine direkte Werbung, sondern eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit für dich. Ich stehe hier auf Island in einer sehr, sehr schönen Outdoor-Ausstellung eines isländischen Fotografen, der hier am Strand seit Jahren am Diamond Beach ausstellt. Und du kannst auch ausstellen mit mir und der besten Community von Welt gemeinsam auf dem Oberstdorfer Fotogipfel 2024 zum Thema Leben. Ich habe dir alles auch nochmal in unserem Blog geschrieben. Du schickst einfach ein Foto, was du mit dem Thema Leben verbindest, an oberstdorf.ff-fotoschule.de und dann werden später von Christian Poppkis deine Fotos kuriert. Schick maximal so ein bis zwei Bilder. Und dann hängt dein Bild gegebenenfalls beim 12. Oberstdorfer Fotogipfel Outdoor, großformatlich so wie hier, zum Thema Leben. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam diesen Fotogipfel dann vor Ort auch so richtig abfeiern würden. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich habe dieses Jahr das in meinen Zielen nicht hier vorne am Whiteboard stehen, wie oft das Mittwoch-Sidio ausfallen darf. Aber es wird ab und an mal ausfallen, weil ich einfach noch sehr, sehr viel reisen werde. Und da möchte ich dich natürlich auch so ein bisschen hier auf dem Kanal mitnehmen. Ich möchte aber auch weiter natürlich so ein bisschen dich an meinem Gedanken teilhaben lassen. Und ich merke ja auch, dass dir das gefällt. Also das mag manchmal an den kontroversen Themen liegen, aber manchmal mag es auch einfach daran liegen, dass du vielleicht gerne so ein Talking-Head-Format siehst. Wer mehr in dieser Form haben möchte, von mir Inspiration und Berieselung und manchmal auch eben durchaus Input und auch den Input der Community haben möchte, der abonniert einfach Frank Schnack. Das ist kein YouTube-Format, sondern ein Podcast oder eine Webseite. Findest du unter ffhotoschule.de slash franksschnack. Habe ich dir auch nochmal verlinkt in der Infocard. Oder aber einfach unter franksschnack einmal suchen. In dem Podcast-Player deines Vertrauens da gibt es wirklich jeden Samstag einen Podcast von mir. So irgendwas zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde mit Gesappel und meinen aktuellen Gedanken und Tipps und Anschauertipps und so weiter und so weiter. Da kannst du auch sehr gut deine Zeit füllen, ohne dass ich hier am Mittwoch tätig werden muss. Auf dem Kanal wird es trotzdem auch noch ein bisschen dieses Jahr wieder Erfahrungsberichte geben. Da bin ich dran. Also ich möchte so ein paar Dinge dir mit auf den Weg geben. In den nächsten Wochen werde ich dir was zu diesem Gerät hier, was hier auf dem Tisch liegt, sagen. Ich werde dir auch was zu dem Teil, was hier hinten im Regal steht, sagen. Also zu dem 150-400 von OM System. Ich werde dir zu anderem Gier was sagen. Ich werde aber gleichzeitig auch, wie gesagt, immer mal wieder diese Gedanken einfließen lassen, wo ich einfach dich an dem, was mich gerade so beschäftigt, fotografisch hier auf dem Kanal teilhaben lasse. Ich möchte ein bisschen mehr vor Ort auch noch filmen. Auch das ist der Grund für diese Anschaffung hier. Ein bisschen mehr vor Ort filmen, ein bisschen mehr dir auch aus meiner Umgebung so zeigen und aus meinem fotografischen Erleben. Ich hoffe, das gelingt mir. Das ist der Grund. Wie gesagt, zu dem Gerät hier, zu der Osmo Pocket 3 wird es jetzt in den nächsten Wochen ein Video geben. Das ist der Grund, weshalb ich sie gekauft habe. Ich möchte mehr auch immer mal wieder vor Ort. Ein bisschen filmen habe ich auch die letzten Wochen schon sehr viel mehr. Vielleicht gefällt dir auch das. Ja, wie gesagt, ich möchte nur darauf vorbereiten. Es wird immer mal wieder was ausfallen. Ich bin dieses Jahr noch über 20 Wochen nicht da. Ich bin jetzt, wo du dieses Video siehst, gerade gestern aus Rom, von der Woche Rom zurückgekommen. Da geht hier an den Tagen, wo ich von so einer Fotoreise zurückkomme, im Büro in der Regel gar nichts. Aber ich bin sehr gerne im Austausch mit dir da draußen und ich freue mich auch, wenn du vielleicht das, was du dir wünschst von dem Kanal, hier einfach mal in die Kommentare schreiben würdest. Vielleicht hast du ja auch Wünsche, auf die ich eingehen kann. Ich weiß, da kommen mich auch die, die vielleicht das ein oder andere ältere Format, was ich mal auf dem Kanal hatte, sich zurückwünschen. Das kann ich auch total verstehen. Da gibt es aber auch Formate, die sind aus guten Gründen nicht mehr auf dem Kanal, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich möchte mir persönlich den Spaß erhalten. Sonst ist ein Output von zwei Videos die Woche geradezu unmöglich. Und von daher hoffe ich da insgesamt auf dein Verständnis und möchte dir nochmal fettes Danke sagen. Also danke an die Kanalmitglieder hier, danke an die Opponenten, danke an euch alle. Das macht mir wirklich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Und ich würde mich auch einfach freuen, wenn wir noch ein bisschen größer werden würden. Ich möchte irgendwann jetzt mal die 30.000 knacken. Natürlich möchte ich eigentlich die 100.000 knacken, aber das ist unrealistisch. Wir wollen ja realistisch bleiben. Aber die 30.000 sind jetzt kein Hexenwerk. Vielleicht schaffen wir das gemeinsam, indem wir gemeinsam daran arbeiten und du vielleicht das ein oder andere hier von dem Kanal noch teilen kannst. Ja, wie gesagt, ich freue mich über deine Wünsche und Anregungen hier unten in den Kommentaren. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich möchte, dass du rausgehst und fotografierst und vielleicht ein bisschen weniger bei YouTube auch abhängst. Auch wenn ich mich natürlich freue, wenn du hier bei mir auf dem Kanal bist. Aber wir verbringen halt auch sehr viel Zeit alle gemeinsam vor diesen Kisten. Und fotografisch kommt man halt auch sehr, sehr gut voran, wenn man eben nicht vor der Kiste sitzt, sondern einfach fotografiert. Und vielleicht machen wir das ja auch an der einen oder anderen Stelle gemeinsam. Da würde ich mich auf alle Fälle sehr drüber freuen. Schau doch einfach mal auf frffotoschule.de im Internet vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.